Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Stardew Valley. Es regnet noch und ich gebe hier das ganze Zeug ab. Ich bin wieder in so Überlänge gekommen. Schau mal, was ich hier so abgeben kann. Achso, das ist da. Hier sollte ja eigentlich nur Bergbauzeug drin sein. Das, 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 das. So, das. Alles raus. Und das kommt hier hin, so pflanzliches Zeug. Das ist mir wieder so ein bisschen Ordnung. In das alles hier reinkriegen. Äh, das gehört auch darüber. Das so gesehen auch. Und den Rest lasse ich hier. So. Holz. Und das hier. Die Schriftrolle braucht Gunther. Hm. Eisen. Ich, ich schmelze jetzt noch schnell. So. Und dann gehe ich schlafen. Und war es das für heute. Schwert lasse ich auch da. Brauche ich vorerst auch nicht. Ich könnte. Achso, ich brauche Geld. Ich brauche sehr viel Geld. Kachi. Geht es dir gut? Sieht so lustig aus mit dem Mülldeckel da. Kein Rezept. Habe ich nie wirklich verwendet. Ich habe so viel noch nie wirklich verwendet. Heute muss ich viel gießen. Oh. Was ist da? Ah ja. Robins Axt. Oh. Geld. Was war da noch? Tief in die Mine. 40. Achso. Was war das? Erste Schritte. Erhalte ein Ei von deinen Hühnern. Ach, ist es das? Was ich nicht abschließen kann? Weil ich hatte ja schon ein Ei bekommen. Okay. Das ist der Bug. Ja. Okay. Verstehe. Ja. Okay. Wie viel habe ich denn jetzt? Hm. Ja, 2000 müsste ich. Ja. Okay. Hier. Obwohl. Ja, 2000 gingen vielleicht. Sind einige Kartoffeln. Ich brauche unbedingt eine bessere Gießkanne. Oder ich baue mir solche Dinger. Ah, danach kommt die nächste Quest, die ich nicht bekomme. Hm. Ja. Das ist blöd. Aber ich schaue mal. Sonst kann ich das doch sicher irgendwie umgehen. Das geht sicher. Es gibt Schlimmeres. Wie zum Beispiel mit dem Pferd festzuhängen und dann das Spiel abzustürzen. Perfekt. Ja, es gibt Schlimmeres. Ach so. Ich habe ja kein Wasser. Aber könnte das nicht sein, wenn ich alle Hühner mal verkaufe? Und dann mal neue Hühner... Äh... Neue Hühner? Ich habe es nicht gespielt. Ah, okay. Da ist noch ein Ei. So. Fertig. Was machst du eigentlich da draußen? Hab dich lieb. Hab dich auch lieb. Hm. Ach so, ich... Ich vergesse das die ganze Zeit. Ich habe ja hier... Hier, komm. Rein da. Hm. Okay. Das Ei verkaufe ich einfach so. Obwohl ich das eigentlich besser machen könnte. Ist mir aber auch ein bisschen egal. Und jetzt die Gießkanne. Sobald ich die bessere Gießkanne habe, werde ich das darauf zuschneiden, wie ich meine Felder mache. Oder ich bekomme den besseren Sprinkler. Was kostet denn nochmal, glaube ich, Gold? Dafür brauche ich, glaube ich, Gold. Oder war das schon Iridium? Nee, Iridium-Sprinkler ist noch besser. Jetzt geht es sich nicht mal aus mit dem Wasser. Ach, schöner Wasserfall. Schmetterling. Ich mache mal den Weg frei über die Brücke. So. Es gibt jetzt ein neues. Ah, okay. Also wie ich dann, also wie die Breite und so ist, kann ich das dann einstellen wahrscheinlich? Gehe ich mal davon aus, weil das immer so blöd ist, so hinzukriegen. Okay, äh, ich gehe jetzt Kartoffeln einkaufen. Ich spoiler nicht, nein. Ist schon gut. So, Kartoffeln verkaufe ich hier. Nein, ich investiere die dann gleich. So, hier. Eine Fackel. Und hier eine Fackel. Ist schön. Okay. Hier hinten brauche ich auf gar keinen Fall Bäume. Und jetzt mache ich noch den Weg darüber. Na, Katze. Ach, ist der hinter dir was? Ja. Ja, schläg deine Tatzen. So, hier. Ich möchte, dass das hier frei wird. Baumfeld. In die falsche Richtung. Ich komme da nicht ran, oder? Nein. Okay. Nehme ich. So, hier sollte ich auch freilegen. Das ist für später dann wichtig. Ähm. Axt. So. Komm. Fertig. Ach, das ist jetzt auch wieder in die falsche Richtung. Toll. So. Sind wir hier beim Schreien. Und jetzt nach drüben die Brücke. Die hätte ich auch gern. Weg mit den Bäumen. Weg mit den Bäumen. Hier die Brücke. Ach, ich kann da trotzdem nicht drüber. Ich habe keine Energie mehr. Ich habe viel zu viel Energie verbraucht gerade. Uiuiui. Nicht gut. Nicht gut. Okay, ich kann noch nicht drüber. Ja. Okay. Zu Opas Schreien geht's noch nicht. Hm. 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 Okay. Da geht die Katze. Sieht irgendwie süß aus. Seht ihr die da beim Dach? Wie sie mit den Augen drüber schaut. So, ich gehe jetzt zu Gunther, ne? Nein, das war falsch, ne? Das kommt hier hin. Dass ich gleich wieder eine schöne Ordnung hier bekomme. Äh, verkau... Ich verkaufe drüben. Heute ist Donnerstag. Donnerstag ist schon offen, oder? Hoffe ich zumindest. Hm, hm, hm. Dann verkaufe ich die Kartoffels. Dann gibt's Geld. Hi, Maru. Na, wie geht's? Ich habe vor, diesen Sommer viel Zeit mit meinem Teleskop zu verbringen. Ah, cool. Schubi-dubi-dubi-dubi-dab-dab-dab-dab. Okay. Verkaufen. Bring fast gar nichts. Oh, 2000... Hi, Pam. Hey, Pam. Äh, was kostet ein... 400 kostet ein Bier. Das ist teuer. Das ist teuer. Nein. Ich mag Pam. Egal. Pam, ich lade dich ein. Ich mag dich. Oh, ist heute mein Geburtstag? Stimmt. Wohl. Danke, dass ich... Das ist nett. Hä, ist... Ist jetzt zufällig genau ihr Geburtstag? Na, das glaube ich nicht. Die Pastinaken... Aber Bier liebt sie doch auch, oder? Ja, genau heute ist hier Geburtstag. Was ist... Was ist an den Sterntagen jetzt gewesen? Nichts, oder? Ja. Pastinaken... Was ist noch mal Pastinaken? Ach, die... Okay. Ah, das wäre billiger gewesen, ja. Aber ich wollte ihr ein Bier ausgeben. Das... Das gehört dazu. Äh, ihm würde ich auch gern. Sehen wir ja. Äh... Ah ja. Opi? Weil ich hab da ja noch was. Also schon 18 Uhr... Hat er noch offen? Keine Ahnung. Hier, Opi. Was hab ich am liebsten? Danke dir. Guter Junge. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich hab keine Energie. Da ist jetzt zu, oder? Ja. Naja. Ich hab's verpasst. Ich hab's verpasst. Schade. Hier. Hier muss ich noch irgendwas machen. Müll. Was hat er denn so im Angebot? Willkommen im Yo-Yo-Markt. Wie geht... Geht es dir heute? Ich denke ich... dass wir uns schon einmal getroffen haben. Ich bin... Was? P-Pressen... Repräsentiere für Jo-Yo-Kundenzufriedenheit. Ja. Wenn du dich dazu entschließt, bei Jo-Yo-Mitglied zu werden, werde ich deinen Beitritt nicht mit Freuden unterstützen. Nö, danke. Hier. Was ist das denn? Jo-Yo-Möbelkatalog? Jo-Yo-Mitglied. Mhm. Nö. Ciao. Ding, ding. Ich brauch nichts. Wenn ich schon hier bin, können wir auch gleich ein bisschen angeln. Vielleicht kommt ja ein zufällig guter Fisch dabei rum. Oder einfach hässliche Algen. Ding, 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 da. Und Würmer habe ich eigentlich nicht wirklich viele gefunden. Bis jetzt. Sind die am Anfang so selten? Weil früher waren die ja gefühlt überall. ein Stock. Yeah. Bringt alles kein Geld. Oh. Ich habe keine Energie. Äh. Ich will ein bisschen aufpassen. Hm, hm, hm. Ja. Jetzt endlich ein Fisch. Prasse. Eine große Prasse. Hm, 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 hm. Oh. Ja, brauche ich nicht. Hm, 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 hm. Ah, okay. Fisch verkaufe ich, weil den habe ich schon abgegeben. So. Das. Ja, weg damit. Hm. Gehe ich noch in die Mine dann morgen? Wetterbericht. Ja, Sonic. Wahrsager, wie war das heute? So ausgeglichen. Hm. Ja. Einfach mal reinschauen ganz kurz. Gute Nacht. Katja schläft. Ich bin glücklich. Ihr hoffentlich auch. Hm. Geht. Ich sollte am besten so 500 pro Tag. Wäre gut. Hm. Wahrsager. Oh, natürlich Unglück. Ja, toll. Morgen. Ja, morgen ist Regen. Das heißt, morgen ist garantiert... Okay, das ist noch nicht fertig. Aha. Ich hätte Kartoffeln kaufen sollen. No. Hm. Hm. Hm, 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 hm. So, schön. Schön die Pflanze gießen. Hm, hm. Dann geben wir später noch ein bisschen. Hab dich lieb. Okay. Das Ei war jetzt genau hier hinter. Wie soll man denn... Wart mal. Was für ein Ei brauche ich denn noch? Hier. Das war doch ein braunes Ei noch, oder? Ein braunes Großes. Okay. Dann kann ich ja das Weiße hier rein. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Dass ich so wenig Ertrag habe. Stört mich. Wär es vielleicht klüger, wenn ich jetzt auf nächste Saison so richtig investiere. Statt jetzt hier Geld auszugeben. Hm. So, schön. Ganze Reihe. Katzi läuft. Ich hab Post. Mal gucken, wer mir da schreibt. Und das ist auch ein bisschen nervig, hier die ganze Zeit rüberlaufen zu müssen. Aber ich find's cool, dass ich dann später das Haus hier wegpacken kann. Ich will das gerne am Fluss oder am See haben. Das Haus. Ja, Katzi legt sich wieder hin und genießt. Hm. Lukas, ich habe ein Bitter. Ich brauche frische Blumenkohl für die Rezept, das ich ausprobieren will. Will? Könntest du mir einen bringen? Frischen Kohl. Hm. Morgen ist er fertig. Aber wenn soll ich ihr denn vorbeibringen? Ist egal, wenn. Hab dich lieb. Das habe ich ja letztens ja, da habe ich ja, glaube ich, ultra lang gebraucht, bis ich hier den gebracht habe. Äh, ich verkaufe noch schnell. Da. Und das Ei gleich spenden. Und dann heute ist er, ich muss mal so ein bisschen sagen, heute ist richtig krass, der Stream. so sieben Zuschauer hin und wieder und Leute schreiben, das hat mich heute war richtig gut. Mein Kanal steigt jetzt auch wieder. Ich hatte jetzt in letzter Zeit wieder einen miesen Monat, würde ich sagen, von Zuschauern her. Und jetzt steigt das wieder. das war, glaube ich, wegen Harry Potter das Ende. Das war nicht so gut, weil ich nichts hochgeladen habe. Ja. Danke. Vielen, vielen Dank. War ja beste Zuschauerin. Kann ich ein Holz? Geht nicht? Schade. Habe ich so einen Entsafter? Kann ich so einen Bauern? Kann ich noch nicht, ne? Das wird noch dauern. Ja, kann ich nicht bauen. Leider. Okay. Erst noch. Und, und, und. Lecani ist schon lange nicht mehr da gewesen. Ich schaue dir nur hin und wieder mal rein. Kommt mir vor. Oder, Lecani, bist du da? Ja, Bürgermeister, ja. Wieso stört das den Bürgermeister, dass ich in seinem Müll rumwühle? Und Oma, ja. Ist aber auch erst neu dabei. Und das wird mehr. Ich freue mich. Das ist wesentlich besser als damals bei Twitch. So komisch, wie das auch klingt. Hier die Schriftrollen. Die würden da hinpassen. Oh, das sind... Habe ich Belohnung abholen? Melonen-Samen pflanzt sie im Sommer. Oh. Ja. Habe ich schon was für den Sommer. Die sind super. Egal, die sind super. Ja. Alle sind super, die hier sind. Super, duper. Muschis. Muscheln. Sorry, nicht klippen. Muscheln. Ich rede Blödsinn, Leute. Ich rede Blödsinn. Nicht zuhören. Gar nicht gut. Ah, hier. Das ist neu. Miniaturmodell einer Fregatte. Fregatte? Was ist das? Ach, kann ich so meine Schwimmer ändern? Das finde ich cool. Das ist ja cool. Danke. Was? Fischräucher. Das hätte ich auch gern. Keine neuen Angeln. Deko. Naja. Hm. Kann ich bei dir überhaupt das verkaufen? Nur mal so. Ja, das geht. Direkt. Danke. Bye, bye. Was mache ich jetzt? Ich würde gerne die Gießkanne verbessern. Morgen regnet es ja. Ich habe noch kein so ein... Kann ich mir so Wasser-Dings kaufen? So Steine, die Wasser speichern? Wie war das nochmal so Hydra-Dings da? Sandstein. Verbessert die Qualität des Bodens ein wenig, was die Chance auf... Na, das ist nicht das. Das wird sein. Diese Erde setzt die Eigenschaft vor, über Nacht gewässert zu bleiben. Indem das... Okay. Das muss ich kaufen. Das ist aber unfassbar teuer. Das lohnt sich nicht. Mist. Weil dann habe ich ja kein Geld mehr. Ach, nee. Ja, da muss ich Tulpen wächst in sechs Tagen. Soll ich da mal noch ein paar investieren? Ja, ich brauche... Okay. Ich habe danach keine Energie mehr die nächsten Tage. Hm. Aber Kartoffeln sollten morgen fertig sein, glaube ich. Wenn es mich nicht täuscht. Oh, ich habe jetzt schon keine Energie mehr. das war nicht gut. Wie pflanze ich das jetzt? Morgen regnet es. Das ist schon mal gut. gut. So, hier. Okay. Äh. Keksis. Essen. Das geht schon wieder. Hm. Ich hoffe, das geht sich aus hier. Äh. Ja, Wasser kann ich jetzt schon machen. Ich werde da sowieso noch holen müssen. Aber alles fürs Geld. Blumenkohl darf ich nicht vergessen. Muss ich morgen abgeben. So, das geht sich perfekt, fast perfekt aus. Okay. Obwohl, ich kann ja das ist aber auch neu, oder? Ist das da besser? Nein, das ist nicht neu. 90 Energie. Gut zu wissen. Das war doof. Okay. Gurken. Okay. Hier. Und gießen. Und Gurke. Den hier. Und einmal noch. Gurke. Perfekt. So. Jetzt habe ich keine Energie mehr. Saatgut kommt hierhin. Äh, hier. Ja. und dann schaue ich mal durch die Stadt so ein bisschen. Da könnte noch Zeug sein. Und ich muss ein paar Himbeeren oder die komischen Früchte da essen. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Ich weiß nicht mal, wie man die richtig ausspricht. hier wird wieder mein Museum später hinkommen. Oder was anderes. Kommt darauf an, was für eine Deko wir noch bekommen. Was für eine schöne Deko. Oh, das nehme ich. Gib her. Habe ich hier die ganzen Erdbeeren schon weg gegessen? Himbeeren Es wird düster Geht sich das Weißt du was? Hier Ismal Ich muss die immer ausgraben Kohle Okay Sehr lukrativ Ich Ich muss wirklich auf so Würmer aufpassen Ich sehe die irgendwie nicht mehr so häufig Ah Ah ja und hier muss ich auch angeln Hier Das ist Das ist so cool Das ist so cool dass ich jetzt die Farbe davon verändern kann 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 bei sandfisch wenn da ein fisch drinnen ist aber dann ist ein richtig armer fisch Wahrscheinlich genau genau da beim wo das Wasser reingeht Oh ich habe keine Energie Wieso kriege ich da Holz raus Äh Okay nochmal Das war doch hier Ich muss hier angeln Was Könnte Ja Noch ein bisschen weiter Beiß an Oder brauche ich dafür erst Ich glaube ich brauche dafür erst schon einen Hinweis dass da was sein könnte Was wollte ich noch Ich wollte immer noch ein bisschen gucken Ja nichts Nichts Noch so paar Früchte oder so Ah Ich habe sie verpasst schade naja Ich Ich verpasst gerade echt viel glaube ich in letzter Zeit hier Jetzt Davor 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 habe habe ich Davor habe ich sogar ein bisschen Angst wenn das irgendwann mal so sein wird den Bannhammer zu schwingen den Bannhammer zu schwingen